Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stando Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, 1.0 Lego Star Wars. Und ich würde sagen... Es geht hier auch nicht los. Als die alten Bekanntschaften nun wieder aufgefrischt wurden, erlaubt uns euch zu eurem Quartier zu geleiten, Senatorin. Danke, Meister Kenobi, aber das wird nicht nötig sein. Okay, wir müssen sie anscheinend folgen. Ich brauche keine weiteren Wachen. Ich brauche Antworten. Ich möchte wissen, wer mich töten will. Wir sind hier, um euch zu beschützen, nicht um Nachforschungen anzustellen. Okay, wir sollen sie folgen. Machen wir doch mal. Wir werden herausfinden, wer dich töten wollte, Padme. Das verspreche ich dir. Wir werden unseren Auftrag nicht ausweiten, mein junger Wadavan. Selbstverständlich dient es nur dem Zweck, sie zu schützen, Meister. Vielleicht werden ja allein durch eure Anwesenheit die Mysterien um diese Bedrohung gelüftet. Ja, Junge, ich verfolge die doch schon, Alter. So... Oha! Ist das Ziel der Wad, Meister? Langweil dich meine und Partners Gesellschaft bereits, mein Padme? Nein, natürlich nicht, Meister. Ich darf damit nicht sagen, weil... Es ist nicht mehr weit. Meine Unterkunft liegt gleich davon. Wir sind da. Wollen wir? Das wollen wir. Danke, dass ihr mich sicher hergebracht habt. Wenn ihr mich nun entschuldigen wollt, ich ziehe mich zurück. Mhm. Das Thema zurückziehen, sie schüttet einfach jetzt hier am Balkon, Alter. Ähm, ich habe mich einfach selbst in die Luft gejagt. Wow, die schweben einfach. Okay. Gut. Level starten. Wow. Was sind das? Oh. Gleich hier. Ähm. Da ist sie. Lass sie nicht entkommen. Und gut zielen, da sind überall Zivilisten. Wir halten sie auf, Meister. Das verspreche ich. Gut. Wenn wir also vorher nicht abstützen würden, wäre das hilfreich. Meister, ihr müsst euch entspannen. Ich bin ein erstklassiger Pilot. Du musst noch viel lernen, mein junger Schüler. Und fliegen gehört definitiv dazu. Ja, warum treff ich denn jetzt nichts mehr? Anakin, pass auf die Energiekugung auf. Wie oft muss ich es dir noch sagen? Nie durch Energiekugnung. Vielleicht noch ein einziges Mal. Geibelgesturm. Hä? Bauen. Ja, sie lebt aber nicht mehr lang. So. Ey, warum denn schon wieder? Da vorn, in den Tunnel rein. Die haben es fast geschafft. Ey, warum treffe ich die denn jetzt schon wieder nicht? Hä? Kann sie schon wieder nicht, ja. Wir passieren jetzt. Nicht aus den Augen von Ihren, Anakin. Bin ich nun ein besserer Pilotmeister? Immerhin bin ich noch am Leben. Boah, es fehlt noch ein Zückel, Alter. Wo ist sie jetzt hin? Da. Wer gab dir den Auftrag? Es war ein Kopfgeldjäger. Ein vergifteter Pfeil. Da. Wir müssen uns aufteilen. Eskortiere Senatorin Amidala zurück nach Naboo. Dort ist sie sicher. Natürlich, Meister. R4, ich denke, du kannst mir bei etwas helfen. Okay. Blasterisiere, Blaster suche, Blaster, Schalldämpfer. Ich habe alles für einen Blaster außer dem Blaster. Ja, ja. Ein altfreund in Deiner um die Ecke weiß alles über solche Dinge. Sehen wir mal, ob ihm dieser Pfeil etwas hat. Wo soll ich jetzt hin? Nein, okay. 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 Geil, geil, geil. Wir rennen mal kurz. Ja. Okay, weiter geht's. Okay, ich richte dich nicht so auf. Mach ja so schnell ich kann. Du, ähm, hast mich kalt erwischt. Wanda, meiner besten Kellnerin, ist deine Sicherung durchgebracht. Und ich schaff's nicht, alle Kunden. Würdest du deinem alten Kumpel aushelfen und ein paar Bestellungen zu den richtigen Tischen bringen? Ich bring die alte Wanda wieder in Ordnung. Toll! Okay. Meine Six-Six-Schicht-Torte sollte sechs Schichten haben. Was ist denn nun mit meiner Six-Six-Schicht-Torte? Was ist denn nun mit meiner... Hey, sie will Torte? Torte. Was ist denn die Torte, hä? Da. So, zack. Perfekt. Vielen Dank. Jo, bitte. Es geht doch nichts über ein großes Tässchen Ardis. Wohin ist diese Kellnerin verschwunden? Ardis? Was ist das denn Ardis? Was ist denn Ardis? Geil. Hm. Ich hab absolut keine Ahnung, was das sein soll. Was ist das? Ihr verkauft dir doch Ardis, oder? Und ihr wisst auch, was Ardis isst, richtig? Wo ist mein Chorda Club-Sandwich? Meine Parkour. Okay, der will ein Sandwich. Das ist das hier. So, bitte sehr. Muss ich hier einfach kochen, äh, essen geben, oder was? So, ich vermute mal, das hier ist das, was er will. Ach, hier sind ja noch mehr. Moin. Es wäre fast schneller nach Naboo zu fliegen und wer dort... Ein Schenkel, der will das hier. Ups. Wow, lass mal probieren. So, und die wollen dann wahrscheinlich das hier. Besser spät als nie. Ja, find ich auch. Haben alle ihre Bestellung erhalten? Lasse. Ich schulde dir was. Und wander auf. War reichlich Arbeit nötig, aber sie wird schon bald wieder Tische abrollen. Worüber wollt ihr reden? Seht. Sag mir, was das ist. Was du hier hast, ist ein Camino Saber-Dart. Camino, das kommt mir nicht bekannt vor. Liegt das in der Republik? Nein, nein, es ist hinter dem Archer-Rim. Diese Caminoa bleiben gewöhnlich unter sich. Sie sind Kloner. Kloner? Nein, R4. Ich habe Camino auf den üblichen Karten noch nicht bemerkt. Los, gehen wir zum Archiv. Okay, Leute. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein About und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt ein Traum auf den Tag. Haut rein, Leute. Euer Sandro. Ciao, ciao. Ciao, ciao.